herzlich willkommen zu einer neuen folge sehr infected ich habe gleich mal an der nächsten folge wieder angesetzt macht gerade abartig spaß obwohl es abartig heißes in dem büro aber was soll es wenn man daran spaß hat soll man durchziehen und es gibt ja auch noch einiges zu tun wir haben hier unsere verteidigung schon gemacht wir haben da hinten ein bisschen angefangen weitere planung des grundstücks vorzuführen wo dann auch die verteidigung daran angepasst wird hier hinten werden wir wahrscheinlich noch mal einen eingang machen wo wir dann auch mit dem lkw später durchfahren können oder mit dem quad beziehungsweise tv wir haben auch in der letzten folge noch unseren extraktor hier in betrieb genommen bin gespannt was der wasser so rauszieht ob er wirklich sinn macht für uns jetzt also alleinstehender extraktor natürlich das sind machen tut er auf jeden fall erspart uns arbeit aber wir müssen halt auch gucken dass wir den treibstoff dafür herkriegen und das heißt wir müssen auch jetzt ziemlich zeitnah gucken dass wir unsere gewächshäuser oben hinkriegen und vor allem dass wir eine tour machen dass wir auch das wasserhaus vielleicht finden jetzt wäre mir eigentlich so die wichtigste sache dass wir das wasserhaus als nächstes hätten das wäre sehr sehr cool so wir werden aber hier auch gleich mal ein bisschen anu reinpacken ja ja anu vor allem kohle reinpacken und dann wäre ich so langsam mal an der plan dass wir hier auch ein paar regale hinstellen werden für barren das wir mal auf der seite denke ich machen weil das wird jetzt dann doch auch immer wichtiger für uns ich glaube so war es richtig und ich denke wir machen wieder so eine zweier kombi zweimal eisen dann werden wir auf jeden fall kupfer brauchen und bin ich ja nicht hier weiter weg mit den regalen das ist noch was was ich nicht so ganz verstehe oxy ist auch wieder da und dann brauchen wir auf jeden fall alu erstmal das wäre jetzt erstmal die wichtigen ich glaube fuchs ist bei uns im haus obal blei es ist wieder so eine nummer doch kobold könnte man eigentlich auch hier mit hinstellen machen wir es mal so aber hier mit kobold erweitern und dann bräuchten wir eigentlich noch blei und stahl da ist die frage ob wir das nicht vielleicht hierhin machen wenn wir es hinkriegen ist halt immer schwierig hier mit diesen reichen hier schade und dann schauen wir erst mal hier vielleicht ein großes regal hinkriegen also mal hier dann machen wir hier ums eck rum weiter mit denen so dann werden wir da mal kurz eins positionieren ja okay das geht jetzt auch wieder nicht ja das ist mit dieser felsen kollision ist es nicht so einfach wie ich gerade feststellen da wäre jetzt die große preisfrage kriegen wir das hierhin und gehen wir nach draußen bitte dass wir halt auch irgendwo kisten dann lagern können ja das geht natürlich hier auch nicht das ist doch doch gescheuert na gut okay dann machen wir es anders weiter ähm kobold haben heißen kupfer alu kobold drehen wir das gerade noch mal um so kobold aber dann vielleicht noch eine lampe hinten rein blei hoffe ich nur machen wir so dass ich jetzt die stahl egal noch auf die andere seite krieg die krieg ich jetzt leider kriegt den zweiten jetzt hier auch nicht mehr hin dann müssen wir die doch ein bisschen verrücken machen wir es einfach so dann können wir ja immer noch oben drauf eins hinstellen und dann werden wir ihnen uns eine lampe schnappen das war die da und werden die hier rein stellen jetzt war es echt schade dass wir hier kein großes der regal hinkriegen ich wusste dass fuchsi hier im haus ist da haben wir jetzt ja auch nägel und das ganze war nämlich auch schon da ein paar bretter sie tut ihr nix ist alles in ordnung sympathisch okay wieso habe ich in erinnerung dass fuchs mich angreift da muss doch irgendwas gewesen sein weil so ist er mir sehr sympathisch unser fuchs das nehmen wir auch gleich mit dann haben wir nämlich schon mal barren 1 aber platz für die ersten barren sagen wir es mal so wir werden aber auch gleich die noch die ziegel rausnehmen so dann haben wir da alles drin wir fehlen uns jetzt hier noch gar keine habe ich noch welche übrig nein gut dann können wir hier noch schmelzen dass wir die ersten zusammenkriegen wie spät ist es denn aktuell nie es wird es dann bald dunkel das ist natürlich jetzt eine dumme sache aber wir sollten was zum essen organisieren war so ein bisschen jurken und sowas werden gut und er sucht stöcke hinten wer holt ist okay wir suchen wir nicht so langsam und so doof ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's damit gleich ein paar federn da sind gurken und mais ich warte mal waren das nicht mal dass wir da gesundheit kriegen ok das ist jetzt natürlich doof noch ein bisschen mehr finden dass wir vielleicht uns schon es ist dosen machen können weil ich möchte eigentlich nicht in den dorf gehen wenn man die gesundheit so am internet muss man ja wirklich mal so sagen das gleich nochmal mais her damit hier liegt es oder hier steht nicht mehr viel rum mit zwiebeln oder so eine kartoffel wäre auch noch ganz geil aber das ist wahrscheinlich wieder das problem dass ich die alte man nicht sehen wenn ich hier durch rennen irgendwann finden wir das zeug auch da waren ja noch unsere schilder wir können auch erst mal so stehen lassen bis man nämlich auch wo wir hin müssen da hinten ist ein kürbis hier ist wasser so wasser bist du bloß so du bist wasser das ist gut wir müssen nämlich sofort mit gut das war es erstmal und scheint gut komm gehen wir jetzt zurück dann richten wir jetzt auch ein bisschen was her in der kiste beziehungsweise schauen wir jetzt erstmal auf mein essen irgendwelchen döschen machen können oh gucke warst du gerade eben schon da wo ich hier war oder bist du jetzt erst gespawnt mein freund kann ja beides passieren weil ich bin ja wie gesagt ein bisschen blind ist noch ein hohn anders hohn jetzt ich dachte ich habe es mal ganz kurz gesehen aber dann war es wieder weg wie die hohn wo bist du nicht da ok das war ein froschi bei uns hier unten wächst auf jeden fall nicht viel was man das gräutenstick wo durch die die erde gefallen ist warte mal jetzt gehen wir mal kurz gucken was haben wir denn aktuell wir haben mais kürbis hohes huhn und urkeln und wir hätten oben noch fleisch jetzt werden wir mal schauen was können wir essenstechnisch herstellen ausdauer gesundheit wäre das da schon mal dazu brauchen wir aber eine leere dose und gemisch gemüse kartoffelmischung eintopfmischung ne eintopfmischung geht schon mal nicht okay mais kartoffelzwiebel ist so ein ding ei haben wir auch nicht aber kürbis und milch haben wir natürlich auch nicht wir können eigentlich hier noch ja nicht viel machen der kartoff ist schon echt geiles zeug eine zwiebelsuppe das wäre halt auch was aber wir haben halt keine zwiebel hohes huhn melone pilz ei haben wir auch nicht na gut wir müssen mit dem zeug so auskommen was wir haben dann kochen wir jetzt erstmal eine runde ach bin ich doof dahin bitte so dann bitte einmal das hühnchen hier drauf legen das machen wir mal so die kommen hier wieder rein dann werden wir hier das auch reinpacken doch so eine zwiebel hätten wir ja schon eigentlich fehlt uns nur noch eine kartoffel oder eine kartoffel fehlt uns und die federn das sind schon mal ganz gute sachen wir sollten langsam mal wieder was trinken sehe ich gerade aber ich habe gar nichts mehr in der tasche gut zu wissen dann machen wir das gleich mal so dann essen wir aber das hier warte mal das kommt gleich wieder rüber sieht das jetzt aus kriegen wir da vielleicht ein bisschen gesundheit dafür nö das ist auch schade dass wir durch die kurken keine gesundheits boost mehr kriegen gut aber dann müssen wir halt wirklich so schauen dass wir so klarkommen das zeug nehmen wir jetzt mal mit die pilze kommen hier rein ich brauche den da bitte und die zwei gleich mal drauf für was habe ich eigentlich die eisenbahnen gemacht für den eigentlich ja hoffe und dann gehen wir jetzt mal da hinten raus und schauen mal was der hier so erledigt hat Kupfer, Kupfer, Kobalt, Alu perfekt in der Zeit finde ich gut weiter so da ist auch noch ein bisschen was drin so sollte das ausschauen das finde ich gut dann werden wir jetzt aber auch gleich eine Runde schlafen die Frage ist warte mal wir brauchen den Verbesserungshammer sollten wir brauchen wir nicht mitnehmen die zwei können wir mitnehmen Steinspeer, Steinspeer, warte mal 20 und 15 uuuuuh ok kriegen wir hin wie sieht es eigentlich hier mit unserem jo wir brauchen Treibstoff wir hatten doch bestimmt noch irgendwo Treibstoff ja haben wir die Frage ist oder warte mal wo können wir denn hingehen so wir wohnen jetzt hier unten ich weiß auch gar nicht mehr wo wir gestartet ich glaube hier unten sind wir gestartet kann das sein da sind wir dann rein und dann sind wir jetzt eigentlich hier hoch da ist jetzt halt die Frage da sieht es aus wer ist hier ein Dorf quasi die Straße entlang oben rüber und dahin und ich glaube ja dann nehmen wir auf jeden Fall den Kollegen hier mit was könnte man denn noch einpacken das ganze Zeug mitnehmen wäre schwachsinnig da ist auch Schwachsinn dabei braucht man eigentlich so auch nicht jetzt nochmal in der Tasche Verbände haben wir in der Tasche also von dem her haben wir es jetzt einfach so und schlafen jetzt eine Runde und dann geht's los aber dann würde ich sagen ich schlafe jetzt eine Runde dann beenden wir die Folge heute ein bisschen früher und morgen früh in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg zum nächsten Häuschen oder sonst was bin gespannt ob wir das alles so in den Griff kriegen weil die sind doch ein bisschen stark und wir sind ziemlich angeschlagen mal schauen aber dann hoffe ich dass wir auch die richtigen Technologien finden wenn es euch gefallen hat und ihr noch irgendwas wisst was wir vielleicht vergessen haben auf der Tour schreibt es gerne in die Kommentare wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Däumchen da wenn ihr nichts verpassen wollt lasst auch gerne ein kostenloses Abo da würde mich sehr freuen und unterstützen ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag bis zum nächsten Mal ciao ciao